Hallo und herzlich willkommen aus startdrumming.de auf meinem YouTube-Kanal und zum Newsletter. Heute mal ein paar Infos und die Auflösung zu dem Errat den Song Video, das ich vor 14 Tagen gemacht habe. Da geht es um den Song Symptom of Life von Willow und die Noten inklusive Lesson gibt es in der PTL am Samstag. Also wer da Interesse an den Noten hat, kann sich unten über den entsprechenden Link dann anmelden oder auf die Webseite gehen zu Kurse und sich da für eine Membership anmelden. Dann findet man da auch die Noten. Wie geht es in den nächsten Wochen weiter? Ich werde auf dem YouTube-Kanal, wie schon in den vergangenen Jahren, einfach eine Sommerpause machen bis Mitte September. Das heißt, da erscheinen dann keine YouTube-Videos. In dieser Zeit wird auch die PTL nicht als Live-Version stattfinden, also nicht als Live-Lesson, sondern ich werde Aufzeichnungen machen und das hat auch einen guten Grund, denn ich werde hier einiges umbauen, mal den Unterrichtsraum ein bisschen renovieren und auffrischen. Auch ein paar Sachen an der Webseite werden geändert und so viel kann ich auch schon verraten, auch an den Kursen wird einiges geändert, beziehungsweise da werden zwei neue hinzukommen mindestens. Zum einen natürlich die Bewegungslehre-Reihe wird in Kursform erscheinen und die Breakbeat-Reihe natürlich auch. Das wird mich dann noch eine ganze Zeit beschäftigen und dann wird es auch noch einige andere Änderungen geben, aber das gibt es dann als Info nach der Sommerpause. Das soll uns jetzt nicht belasten. Das ist jetzt das, was eigentlich mal relevant ist. Wie gesagt, ich werde die PTL noch bis wahrscheinlich zum 3.8. live machen, denn am 3.8. findet natürlich wie jeden ersten Samstag im Monat das Gruppenmeeting statt. Das wird auch im September stattfinden. Also immer am ersten Samstag im Monat mache ich das. Das wird auch so bleiben. Und dann ergibt es natürlich Sinn, dass ich diese Live-Lessens danach direkt auch noch gleich mitmache. Das ist dann kein großer Aufwand. Danach gibt es dann aber zunächst mal Aufzeichnungen und die erscheinen dann immer so Mitte der Woche zum Newsletter. Und da wünsche ich euch jetzt dann viel Spaß in den Sommerferien. Habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Urlaub. Und dann sehen wir uns dann jetzt noch in den Live-Lessons bis zum 3.8. Und ansonsten halt in den Aufzeichnungen, wer eine Membership gebucht hat. Oder halt im September wieder. Viel Spaß und nicht vergessen, start drumming! es geht es euch im Augenblick. Und dann wird's. Wir werden ein bisschen. Und.